Ja Leute, willkommen zu Tag 4 von den Vlogs. Wir haben es jetzt schon 15.24 Uhr. Ich und Bär essen jetzt ganz kurz was, dann fahren wir in die Stadt, weil wir heute paar Bilder schießen und Videos oder auch paar Aufnahmen machen wollen, aber erst weil es ein bisschen dunkler ist. Von daher, ja, wir essen ganz kurz was und zwar heißt das ganze Chicken Fajitas, falls das irgendwer von euch kennt. Das sind halt theoretische Raps mit so Hühnchen und sowas. Von daher sehen wir uns wieder, wenn ich mit Bär was gegessen habe und dann fahren wir auch schon in die Stadt. Bis gleich. Kleine Planänderung, ich und Lea gehen noch ganz kurz Trampolin springen und dann geht's in die Stadt, gegessen haben wir gerade. Auf geht's zum Trampolin springen. Wir gehen jetzt gerade zur U-Bahn. Wir haben es halb fünf, halb sechs deutsche Zeit. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt zu Ost-Oxford-Street. Ich hol mir ganz kurz eine neue Uhr, dann wieder zur Tower Bridge und ja, das ist der Plan. Ich würde sagen, jetzt kommt so eine kleine schöne Montage und wir sehen uns dann einfach gleich wieder, wenn wir in der Oxford Street sind. Bis gleich. Bye. Bis gleich. Bye. 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 Bye Boom. Bye. 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 Okay, also wir sind jetzt in der Oxford Street, suchen jetzt gerade ein Geschenk für Leas Mutter und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, also wir sind jetzt in der U-Bahn, ich habe mir gerade eine neue Uhr gekauft, Lea hat kurz ein Geschenk für ihre Mutter gekauft, wir fahren jetzt zurück zur Tower Bridge, finden da noch ein paar Sachen, die wir gestern nicht geschafft haben und dann gucken wir mal weiter, was wir sonst noch so filmen. Okay, also, das war es weit vom Tag, ich und er sind jetzt gleich zu Hause, es ist ungefähr zehn, ja, ich glaube ich werde in dieses Video nicht so viel Energie stecken, da ich noch ein Video für Five Lives schneiden muss, Five Lives ist der Kanal von mir, Tom und ein paar anderen Personen von überall auf der Welt und ja, wir sehen uns dann morgen wieder, bis morgen, haut rein, ciao.